Herzlich Willkommen in der DVFA und im Certified Credit Analyst. Herr Staub, Sie sind Teilnehmer im CCR-Programm. Wie sind Sie auf die DVFA gekommen und warum haben Sie sich für das Programm entschieden? Ich bin als Portfolio Manager Fixed Income bei mir in der Firma tätig und damit auch in der Kreditanalyse. Ich kenne den CIA, weil er hat ein Kollege von mir auf der Aktienseite gemacht und ich habe das Bondor für die Rentenseite gesucht und bin dadurch auf den Kreditanalysten bei der DVFA gestoßen. Herr Staub, Sie sind Online-Teilnehmer. Warum haben Sie sich denn für die Variante entschieden? Ja, dadurch, dass das Pendeln von Stuttgart nach Frankfurt ziemlich zeitintensiv ist und ich auch nicht so lange im Zug sitzen wollte mit Übernachtungen etc. Da wollte ich unabhängig von Raum und Zeit sein und da bietet die Online-Variante einfach die perfekte Verbindung. Ja, herzlichen Dank für die kurzen Ausführungen und eine spannende Zeit und alles Gute für die Abschlussprüfung. Dankeschön. Bitteschön. 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 Bitteschön.